Die Gründer des W-2050 werden die Wortmeldung der Nähkampagne am Kader des Referendums und als Vertreter der Politische Amt, Fred Gräuber, als auch Präsident des FC Kieler. Hilf mir, den ADRZ zu stoppen! Für ein Spruch, für eine ausgegelache Mehrspruchigkeit und für eine Verständnisbewusstung. Ne, merci zu einem ADRZ, abkästen von unserer Lebensqualität und abkästen von der Zukunft unserer Kader. Von mir aus zusammen dürfen wir ersetzen, genauso wie im Referendum, da kriegen wir die Zukunft, die mir uns wünschen und nicht die anderen uns abzwingen wollen.